Servus, grüßt euch noch mal meine Freunde an der Zeit, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA und der Kastenbebrennung. Wieder mit dabei ist dein lieber Playgestalt. Einen wunderschönen guten Tag. Und dein liebe Gain-Tedys auch noch mit dabei. Das ist das Halleluja. Wupp, 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 wupp. Wupp, wupp. Eieieiei, karam. Oh, ich steh' quer. Patrick, lehr'n Autofahren, hat er gesagt. Was? Oh Gott! Das war knapp. Äh, ich glaub, ich hab's verkackt. Ja? Mein Name ist Jeff. Mein Name ist Jeff? Mein Name ist Jeff. Ah! Ah, zu langsam. So, die zwei schonen. In die andere! Servus. Ja, was? So, wer ist grad Erster? Ja, du? Nö, ich bin hinter dir. Achso. In derweil bin ich Erster, aber ich weiß nicht wohin. Oh, ja, 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 ja. Und Markus. Wollen wir Sie hören? Hallo Leute. Hey, wie geht's euch? Hey, wie geht's euch? Was? Oh, hier ist ein Loch. Ah, ich hab's. Nein, hab ich's. Nein, hab ich's. Nein, hab ich's. Ich hab's. Ja. Z.B.: Hat's endlich mal geschehednt! Die Frage ist wohl noch am nächstenmal ist... Werte! DuOODst hat mich gedreht und da ist der Dommi auch! Du musst ja lang! Na, am besten nach links. Heyyyyeyyyyyeeej!!! Ja, 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 jawoooolllllllllllllllllllllllllllllllll Nicht überdrehen! Kannst du das mit Fullspeed damit? Ja klar, normal, oder? Ja überhaupt noch fast immer mit antippen. oh jesus noch dazu das ist bei jeder ne Bande Oh Nein überdreht keine Leute äh keine Sorge ehe nein Tommy das kann jetzt nur schief gehen hast du es nicht geschafft Tommy? Ehh, ich schon Kkike Ah, hä? Was ist das? Ein Abgrund. Oh Gott, warum übertreten der sich sofort? Okay, wer dadurch findet, durch dieses Labyrinth, ne? Ja, ich kenne den Weg automatisch, instant. Keine Sorge. Nicht überdrehen, du scheiß Auto, Italien. Ich kenne mich nicht aus. Oh Gott. Nach oben! Ja, ne? Wer hat denn dieses scheiß Auto ausgesucht? Jawohl! Da hab ich's. Ja, ich sicher nicht. Okay. Nein! Ist ja gar nicht mal so schwer. So, wo jetzt hin? Ich schaff das hier nicht. Mann, Patrick. Hau ab! Was willst du von mir machen? Was willst du? Ich gehst ja nicht! Wie kann man denn? Oh Gott! Alter, du bist doch wieder hin. Ey, warum steigst du aus? Hab ich dir das erlaubt? Nein. Also, steig wieder ein. Geh doch. Ich bin zu blöd, um hochzuziehen. Eh, geh. Äh! Äh? Diese scheiß Karre dreht immer durch. Ja. Ja, wo muss ich denn hin? Nach... Oh. So, und jetzt, und jetzt. Und jetzt, und jetzt. Ah, ich hab den Punkt. Der Gunsch. Ja, ist das dann. Habe ich das richtig gesehen gerade? Alter. Wuh! 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 Ich hab den Punkt gekommen. Hast du denn nach dem Ding, nach diesem Labyrinth oder was das da ist? Ja, okay. Ja, den. Hier. Wo geht's hin? Ja, keine Ahnung. Scheiße. Wo ist denn der nächste Punkt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, auf der anderen Seite dieser Röhre. Du musst hier rein. Ja, der Punkt ist über uns. Da, schau mal, schau mal. Na, na, na. Ah, ich weiß schon, ja. Nach oben. Ich weiß schon, wo wir hinbekommen. Boden? Hä? Du musst da diese blaue Straße fahren. Und dann komplett oben... Äh... Nee, ich hab ihn nicht. Nein! Ah! Oh, doch, ich hab ihn. Da kommst du gar nicht so hoch. Ja, wunderbar. Hä? Äh, 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 äh. Oh, der Patrick ist auch da. Hi, Jungs. Ah! Sorry. Oh, nein. Ah, ich bin ausgestiegen. Kann man das irgendwie noch anders drehen, das Auto? Mit, äh, mit einem Lumpet. Hm. So, wie macht ihr das jetzt hier? Ah, Mann. Ja, ja, ja. Jawohl! Komm schon! Dann nicht. Ich mach vorhin den coolen Grind hier. Ja, GG. Gell? Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ich zeig jetzt kein Arschloch. Oh. Und schon wieder steig ich einfach aus. Was war das? Ist dieser Mepperbauer ein Hurensund? ist er ein Hurensohn? Das würde ich dazu nicht sagen. Ist der vielleicht... Ja! Alter, er ist eine richtige Missgestalt, Alter. Dead language. Man muss... Man muss in eine Röhre reinspringen. Also das ist einfach, ja? Aber du darfst nicht zu schnell sein, wenn du springst so durch die Röhre durch und kriegst einen Punkt nicht. Oh Tommy, das kann ja nicht gut enden hier bei uns. Die Muschiröhre ist, Alter. Nein, Tommy! Ja, danke! Nein! Ich hasse dich! Oh, schon wieder! Nein! Ich weiß nicht... Wo gehst du hier lang? Au! Oh, jetzt der Klingling so... Ah! Nein! Er überdreht sich! Ach, fick deine fette Vorhutbetricks! Scheiße! Wie er fliegt! Also wie er runterfliegt so rum. Ich weiß nicht mehr, wo es hier lang geht, weil ich den Weg noch nicht gefahren bin. Ah! Hier! Ah! Hoch! Hoch! Gib Gas! Nein! Nein! Ja, das Problem hatte ich auch schon. Na komm! Dann halt nicht! Wir hätten vielleicht ein anderes Auto nehmen sollen. Der Wagen ist scheiße! Ja, man konnte nur das Auto nehmen. Achso. Ja gut! Ey! Nein! Nicht überdrehen! Nicht überdrehen! Nicht überdrehen! Nein! Willst du langsam! Was wollt ihr nochmal sagen? Achso! Das verändern natürlich einiges. Weg Tabakus! Hey! Hey! Ah! Scheiße! Ich hab den Punkt. Feine Lüge. Was? Was für ne feine Lüge? Au! Please! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Zieh hoch! Du Arschloch! Dann nicht! Du Arschloch! Ach komm! Das ist doch nicht der Ernst! Ja! 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 Ich bin auf dem Wallride! Ich bin auf der Spirale! Ah! Bremse! Jawohl! Da hat er ihn! Hi Tobi! Sorry! Patrick! Hast du den Punkt hier? Na klar! Völlig easy! First Try! Ey! Wollt ihr mich verarschen? Ich kick den Punkt! Wie hast du's gemacht Patrick? Ich bin hochgefahren! Oh Gott! Okay! Ich habe eine Melone getragen! Da bin ich her! Ja! Warte! Rettung ist unterwegs! Ah! Nein! Ich hab mich selber gerettet! Lass es! Verpust dich! Die Frage ist, sind wir hier richtig? Ey! Dieser blöde Bischchen wird! Ach Leute! Ey! Du bist... Jetzt sag ich schon Markus-Typ! Tobi, du bist so ein... So ein Arschloch-Sondergleichen, ey! Ich weiß, was was sagen wollte! Ich weiß, was was sagen wollte! Du bist so ein Mist... So ein Mist... Oh! Oh! Irgendwie... Irgendwie muss ich in meinen Vorsprung ersparen, oder? Nein! Warte! Wollen wir deine Werbe? Tatsächlich! Äh! Nee! Nee! Dann nicht! Warum fällst du immer runter, du Lappen? Ja, dann muss man runter! Achso! Jetzt versuch ich was anderes, ey! Hast du's geschafft, oder was? Nee! Das meine ich, ich meine den Tobi! Das interessiert mich ja nicht! Mich eigentlich kurzsätzlich auch nicht, aber... Ja, na eben, siehst du! Ja! Ich hab's! Ja! 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 Das sieht gut aus, das sieht gut aus! Ach! Scheiße auch! Du musst nur in die Spirale kommen, wenn... Oh, wie spawne ich denn?! Jawohl! ja moin hey was geht ab was geht bei dir willst du nicht ficken kommt fahr da weiter zur notsteiger aus den punkt hat es auch zu fuß bist du das zu fuß gelaufen patrick ja wir sind alles aufgeräumt nein drüber gefahren waren über die reifen ich sage mir auch nur du kannst es zu fuß machen also dass die karriere hoch kommt ok ich hab nichts gezeigt als ob das der tommy da hochkommt ach so leul alter das sah so aus als wäre das wäre das in der luft hier alter ok der tommy hängt ja auch werde die tische hingestellt 3000 baumen rum und wegen er muss nur hin und unterstürzen patrick wo unterstürzen da wo du gerade bei der roten fläche warst darf ich nur unterstürzen ja ich muss hier laufen mein auto hängt fest ja was macht der lappen hier das ist kein lappen doch auch das ist ein autofahrrad ja eben ja ja das sieht gut aus das sieht gut aus hallo 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 wow martillian was geht auch mal hörte mich bitte was hat er gehört irgendwie technische schwierigkeiten mach nix du hörst dich immer so scheiße an also ist nichts neues von dem her das nenne ich einen verdammt großen wort da vorne wo muss man dahin springen kommt man da genau hin oder du kommst ziemlich du kommst gar zu weit eigentlich ich fliege zu weit ich habe eine sternstupe gesehen was geht ab ich verstehe nicht so ganz okay ich bin mein toby voll gerne was mache ich denn das weiß keiner so genau war muss man denn mal ein chill jetzt hochfahren nein ja so ein bisschen jetzt ein bisschen ja so ein ganz kleines bisschen tommy ja hast du es geschafft nee ahhh ich fass man kann doch direkt in den punkt drennspringen ja kann man wollen wir das da machen oder mit dem wallride fahren ich fahr grad den wallride ok dann fahr ich noch ja wir sind ja alle jetzt hier von dem her ja zu tief zieh doch nach oben du alte scheiße zieh doch nach oben wow 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 hast du es gesehen nee ich habe es bei mir gesehen du hast du den wallride gefahren nichts ja komm runter du bastard oh ho 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 oh bitte wow ne 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 hast du es ne nicht direkt rein springen nein nicht direkt jo 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 da hat er es boots easy first try und tschüss ich geh gleich direkt in die röhre hä was ist das ach lol er kriegt bei mir einfach keine grippe er fliegt einfach gleich runter ja du musst es direkt treffen wenn du drauf bist und legst dann hast verloren dann kriegst du es auch nicht hin ja es ist so ja es ist so one in a million wieder ja nein ich hab's doch auch geschafft ja mega patrick der größte luck in ganz gta genau sagt er oh sehr ernst sag ich weil ich der größte skiller in ganz gta habe leut zwei runden ist das dein ernst jetzt äh ja nein ich bin grad bei runde zwei angekommen ja ich fall rückwärts ne was also ich hab zwei runden gemacht aber halt einmal easy wir kennen die strecke doch jetzt gar kein problem komm ja ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn auch aber ja mich hat es noch versetzt äh hey habt ihr gehört Markus wird versetzt scheiße mich kann man nicht versetzen ich hab doch schon eine freundin aber auch die kann dich versetzen ja kann sie ne ich bin ja kein Tommy deswegen werde ich nicht versetzt oh ja 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 so jetzt gehts wieder in den warride hoch juhuuu da hab ich ja richtig Lust drauf ist doch gar gern mit Reis ah und es geht nach unten hehehe ne 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 ey ich spring da jetzt einfach rein ich bin da ja mach also wenn du so weit weg bist dann ist es ok ne Hallöchen hallo nicht ja ich bin einfach auf der Röhre gepfunden cool wie wars ja war geil jawoll jawoll ja nein ich bin zu langsam neiiiin wie nein klar ich war zu langsam WTF ach ich bin runter zwar ach auch schon nice ja Tommy jetzt auch gleich nicht macht nichts ich bin bei dem S warride wo du auf der Plattform landen musst und ich hab den warride geschafft aber bin ich auf der Plattform angekommen ja unglaublich ne hä ich komm nicht zum bald bei ach lol ey aber diese diese Elemente da die finde ich richtig geil oder diese Stege die Map ist gar nicht mal so schlecht die Map ist nice das Auto ist scheiße ja das Auto ist auch noch zu schlecht ich finde das ist zu zu unsauber auf der Hinterachse ja hallo ich glaube ich habe euch da hinten gesehen kurz das heißt ihr uns na oder ein von euch ist mir doch egal Ernst so wenn man die Röhre runterfährt kommt dann noch irgendwie was nja du musst langsam fahren nja oder du landest im Wasser aaaaaa bremse dann scheiß ernst naja du hast im Wasser landes ja wir machen Spaß hast du naja eh schon aber Spaß kann leicht ernst werden Ernst ist heute 5 Jahre alt alles klar aaaaaa warum ist denn jetzt dunkel Ernst ist heute 5 Jahre Fernlicht anmachen weil sonst sieht man nichts BAM am Haus gelandet ich bin der Beste geilo aaaaaa äh ihr könnt ihr euch noch an diesen geilen kleinen Mini Warride erinnern nach der Spirale wo du so zwischen den Stäben durchfarmen musst Ungef-ja das ist im Dunkeln echt äh porno nice die Stäbe einfach nicht siehst nice das ist pures Lack aaaaaa Tobi boah war knapp das haben wir uns runtergekickt weiter aaa au 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 du siehst nichts irgendwann plötzlich scheppert alter nein ja 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 das ist beschissen du kannst nicht nicht ausweichen du musst echt hoffen dass es irgendwie trifft und dann oh guck mal ich hab's das deswegen hat der Tomm jetzt auch aufgeholt au au das äh das war ein Attentat ich hab's ja siehste hab ich doch gesagt hä was ist das eine jawoll ich hab's auch au au so Tommi jetzt kommt wieder der schöne Teil ne au ich ist fast zuerst schon du hast jetzt auf einmal eine Stange im Weg au au wo ist die Stange im Weg Bambora 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 au aus Peter bitte krieg doch ey du kriegst kein Kripto scheiß Fahrzeug du bist so ein richtiger Willko ok ich hab's easy was hast du mich oh so ich geh doch nicht explodieren auch ich bin jetzt wieder bei den Reifen ja ich auch hallo oh ja was hieß denn vorher hab ich das easy first track macht und jetzt dann liegt oder was was willst du da versuchen Tommi heiss ey man oh nein ja danke naaa oh Gott nein warum respawn ich nicht mal nach oben haha ey hör auf zum Springen ja ja oh Tommi du Arschloch ich hab die Mutter schon aufheulen hören Bamb nein 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 ja fick dein Kopf alter wie ist es sich wieder gegenseitig auf der schießt ja der Assi hier uahha safe haha ja 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 ha ha hab ich oh das war eine doofe Idee mit dem Fallschirm au was für ein Fallschirm ich wollte erst respawn dann hab ich festgestellt oh scheiße war es nicht so klug zu respawn save au au man wo ich spawne wo spawst du denn der kommt drunter ja cool hast du spaß ich hab spaß ich hab spaß cool hallo hallo au no nein jawohl was hast du lieb was hab ich jetzt ja er schummelt wer schummelt wo warum ja weil du den weil du den looping nicht gemacht hast du Lappen ich bin ganz normal hochgefahren gegen die Kante geknallt und da unten gelandet was kann ich denn dafür ja unten komplett fahren alter nix da ja ja wie er Pech zu mir sagt hehehe ja Pech also ne richtiger aussehen richtiger ultimate ah nein nicht zu weit runter aah se scheiße mir leise aah da ist ne decke so mal gucken ob wir hier rauf kommen oder auch nichts das sieht nicht so aus ne scheiße wer ist denn aah der der Tommy hat zu viel Harry Potter gesehen das sieht so aus ey vor allem ich bin glaube ich der einzige von uns seit über einem Jahr nicht mehr fern geguckt hat aah das glaube ich dir nicht und das ist euer Fernsehen was hehehe ach herrlich so NEIN putz da hat er ihn hinter dir und bin rechts genau drüber geflogen hey Tommy magst du das gefällt dir das ach ja NEIN aah also wenn ich es jetzt nicht komplett versaue sollte ich das Rennen gewinnen können wenn du das jetzt noch verlierst dann komme ich auch auf den Glauben ab warum DER SPRINK DER INS ZIEL good bye ladies oh ich bin daneben gesprungen hehehe äh warte mal wo ist denn der Tommy hast du es geschafft Tommy ah das sieht nicht so aus ne mich würde ja mal interessieren wo der Tommy gerade ist ich glaube ich fahre mal ins Ziel dann habe ich die schnellste Runde ja 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 ich habe ihn langweilig kann ja jeder hehehe ah war ein schöner Sieg also mir schmeckt er gut ist es schön dir kann der Sieg auch nicht schmecken weil du nicht gewonnen hast Punkt ich war einfach nur ein lucky trail nachdem du hast den Schummel gelappen nix da ich bin da oben gegen geknallt ich bin vollgas ausgeholt und dagegen geknallt ja trotzdem respawned man dann jaaaa genau tttttttttt jäälltttttttttttTh Das. Da hat er's, da hat er's und da hat er's, der hätt er's geschafft. Scheiße. Ah, das wird mir echt schicken. Dann würde ich sagen, was das für die heutige Folge drückt den Daumen noch. Und wenn es euch gefallen hat, guckt in die Videobeschreibung. Da ist der Link zum Playgestellt, genauso wie zu GameTeddy. Guckt auch mal vorbei, die machen coole Videos. Guckt auch bei meiner Social Media Plattform vorbei. Sprich Instagram, Facebook und Twitter können wir gerne folgen. Und natürlich auch schreiben, ich schreibe gerne mit euch. Und wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Oder rein? Ade! Ciao, ciao!